Es regnet, es schüttet am laufenden Wand. Sie sind umringt von mächtigen, imposanten Bergen. Ein eiskalter Wind peitscht ihnen frontal ins Gesicht. Gänsehaufeling macht sich bei jedem von ihnen bemerkbar. Denn 166 Kilometer und 9400 Höhenmeter liegen vor ihnen. Können Sie sich das vorstellen? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Die Frage ist doch nie, können wir eine bestimmte Sache in unserem Leben erreichen? Natürlich können wir. Die viel spannendere Frage ist doch, wollen wir etwas in unserem Leben erreichen? Vielen Dank. Vielen Dank.